Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video, dem ersten Video nach längerer Zeit. Ich war beruflich ein bisschen angespannt. Ja, nach langer Zeit einmal wieder eine nette kleine Sammlung erwischt. Auch hier leider wie so oft von einem verstorbenen Musikliebhaber, aber seine Platten sind bei mir in guten Händen und werden großteils in meine Sammlung eingegliedert. Ja, Hinweis in eigener Sache. Kleiner Spoiler, es kommt demnächst auch wieder ein Video bezüglich von der Grabelkiste in die Schallplattensammlung. Also abonnieren, dann seht ihr es. Los geht's, wie ich meine auch schon mit dem ersten Highlight dieser Sammlung. Sehr alte britische Pressung, David Bowie, ja, dank Kanki Dory, ich weiß nie wie man es ausspricht, sehr schöner Zustand der Platte. Cover hat schon bessere Zeiten gesehen, aber ist halt preloved und ein bisschen aufhübschen werde ich sie auch noch. Weiter geht's mit dem roten Doppelalbum von den Beatles. Was ja eigentlich kein Album, sondern eine Compilation ist, aber sollte ja in keiner Sammlung fehlen. Eric Clapton, eine Best-of. Da muss ich mal aussortieren, ich weiß nicht, wie viele Best-ofs von Clapton existieren, aber es sind viele. Weiter geht's mit Chicago. Auch hier das Cover in wunderschönen Zustand. Blondie. Blondie ist doch geil, oder? Darf man geil sagen auf YouTube? Egal. Ich mag's. Blondie, auch hier die Schallplatte sowie das Cover in Top-Zustand. Paolo Conte, die wunderbarste, rauchigste Stimme. Ich habe immer irgendwie das Gefühl, er und Leonard Cohen haben irgendwie stimmlich sehr, sehr viel gemeinsam. Hier, nur schade, Digital Remastered, auch da möchte ich irgendwann ein Video machen zu dem Thema, weil wir Plattensammler wollen analog hören und einige von den Platten sind digital gemastert, was irgendwie absurd ist. Ja, Alan Parson Project, gefühlt in jeder zweiten Sammlung, die ich die letzten Jahre gekauft habe. Alphaville Forever Young, geiles Lied, aber leider mag sie. Ja, ein paar behalte ich mir mittlerweile übrigens. Noch eine Maxi, Paul Young, Come Back and Stay. Superschöne Scheibe, alte Disco-Erinnerungen. Da gehen wir ins Musical, Hair. War doch ein Hammer Musical, oder? Allerdings ganz fürchterlich bei Hair finde ich, wenn man die deutsche Variante des Musicals mit Haare bezeichnet. Ja, wissen wir alle, aber ich glaube auch die nicht englischen Wüsten, englischsprachigen Wüsten, dass Hair Haare heißt und klingt irgendwie fürchterlich, wenn jemand das Musical als Haare bezeichnet. Ja, Rare Earth, auch sehr angenehm. Die letzten Jahre einige Alben von innen gekauft, kannte ich bis vor ein paar Jahren nicht. Mittlerweile gefällt es mir. John Lee Hooker, eine Legende, oder? Das ist... Ich weiß nicht, welche Stimmung ich haben müsste, dass ich die Musik nicht mag. Geil. Oh ja, auch eins meiner Lieblingsalben. Steht natürlich schon in zwei, drei Varianten in der Sammlung. Wird wohl auch mal ein bisschen ausforsten müssen. Aber Pink Floyd, das geht irgendwie auch immer. Also auch hier der Zustand der Platte sehr, sehr gut. Zumindest VG bis VG Plus. Cover hat halt schon ein paar Abnutzungserscheinungen. Wieder John Lee Hooker. Wie es ausschaut, eine französische Pressung. Zumindest die Aufkleber lassen darauf schließen, dass sie zumindest einmal in Frankreich oder in einem anderen französischsprachigen Land verkauft wurde. Ein sehr charismatischer Mann, auch von seinen Gesichtszügen. Wieder Paolo Conte. Das Album habe ich. Wieder mal durchschauen, welche ist schöner beieinander beieinander. Welche klingt besser. Aber Conte ist geil. Noch mal Paolo Conte. Auch dieses Album steht schon in meiner Sammlung. Ich habe, wie ich die Sammlung gekauft habe, schon anhand der Fotos gesehen, dass sehr viel, was mir gefällt, aber auch ein wenig jassiges, was ich nicht kenne oder mich damit nie beschäftigt habe, in der Sammlung ist. Wieder schönes Gatefold. Dürfte auch eine Compilation sein aus verschiedenen Hits. Leichter Sim-Split von schlechter Lagerung. Ja, man sollte Platten nicht liegend handeln, so wie ich sie jetzt bei dem Video auch mache. Kurz müssen sie es aushalten. Best of Santana. Übrigens wirklich ein Best of, was den Titel verdient hat. Da gibt es nichts, was auf dieser Platte nicht grenzgenial wäre. So. Herbie Mann, Memphis Underground. Angenehmer, ruhigerer Jazz, sehr querflötenlastig, rein instrumental, kein Gesang. Angenehm, aber ich greife sehr selten zu Instrumentalplatten. Gesang muss einfach rein. John Lee Hooker und Kent Heath in Kombi. Okay. Noch nicht reingehört, aber ich freue mich drauf. Es sind eigentlich zwei sehr verschiedene Welten. Mal schauen, wie die harmonieren. Aber auf jeden Fall eine interessante Kombi. Boogie with Hooker and Heath. Okay. Neugierig. Auch hier eine etwas, eine unübliche Mischung. Barry White and Love Unlimited. Etwas Verpackung. Weg. Ne, ich vermute einmal das Love Unlimited da eher als Background-Core. Aber dass sie vorne genannt sind am Cover, das hat schon was. So. Boston. Oh. Ich liebe Boston, aber was ich gar nicht liebe, sind die alten, klebrigen, dunklen Cover aus den späten 70ern. Von CBS und von ein paar anderen Labeln wurde da offensichtlich irgendeine Druckanstalt beauftragt. Und denen ihre Beschichtung hat sich über die Jahrzehnte aufgelöst. Könnt ihr beobachten, sind fast alle aus den späten 70ern und alle dunklen Cover und vernichten euch euer Cover, das daneben steht. Ja. Liebe ich. It's a Mistake. Album Cargo reinhören. Absolut zeitaktuell. Peter Maffei. Der Exil-Rumäne. Über sieben Brücken sollst du gehen. Tolles Lied. Original von Karat. Auch wenn ich jetzt sicher einige vergrämen werde, mir gefällt die Version von Peter Maffei aber wesentlich besser. Noch ein Album von ihm. Es ist halt schwer, Maffei ist schwer einzuordnen. Ist das schon Schlager? Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Elton John. Ich liebe Elton John, aber das ist... Was ich nicht liebse an Cover, die so beinahnt sind, aber kommt halt vor. Das Cover hat echt schon einiges erlebt. Ein bisschen aufhübschen kann ich es, aber perfekt wird es wohl nicht mehr. Ellen Parson. Eve. Ja. Schön benannt. Deswegen werde ich schauen, ob meine nicht so schön benannt wäre, aber ist halt auch in jeder zweiten Sammlung. Udo Lindenberg. Eines seiner frühen Alben. Total cooles und interessantes Artwork von Cover. Lindenberg ohne Hut, ohne Mantel, ohne Brille. Ganz ungewohnt. Aber super schönes Artwork. Und ja, ich mag Lindenberg. Warum? Auch eher promige Stimmen. Ja, jetzt kommen wieder die ganzen Trolle, die sagen, alles nur billig Platten. Ja, Supertramp-Platten sind billig, aber Supertramp hat geniale Musik. The Kings. You really got me. Halt auch wieder ein Best Of, wie hunderte von ihnen. So. Weiter geht's mit der Steve Miller Band. Geniale Gruppe. Die Platte dürfte offensichtlich im Regal ganz oben gelegen sein. Am Staub der letzten zehn Jahre oben. Aber das kann man putzen. Und das tue ich ja ganz gern, wie ihr wisst. Man Without Hats. Als Album ganz selten gesehen. Meistens Singles sind oft und Maxis, aber Alben habe ich. Also ich habe noch kein Album von innen. Die sind genial. Wer es nicht kennt, reinhören. Grobschnitt, Krautrock. Gar nicht einmal der schlechteste Krautrock. Leichten Anflug von Prog, aber in dem Fall für mich akzeptabel. Ich weiß, es sind viele Prog-Fans da. Ich bin eigentlich nicht der größte Prog-Fan. Ideal. Ja, Neue Deutsche Welle. Haben, glaube ich, ein oder zwei Hits gehabt, die auch in Österreich gelaufen sind. Aber die Platte hat etwas Besonderes. Sie ist eine LP und hat trotzdem 45 Touren. Habe ich vorher so noch nicht gesehen. So, geh rein in dein Cover. So, weiter geht's. Mit Mike Pinera. An und für sich, glaube ich, ein Gitarrist. Aber eben auch Sänger. Hat, glaube ich, irgendwann auch für Alice Cooper die Gitarre gewürgt. Schon hineingehört in die Platte. Klingt gut. Ja, ein unbestrittenes Album. Ich denke, eines der besten Alben, die ich kenne. Und wird ja auch in allen möglichen Listen der meistverkauften Alben sehr weit oben geführt. Ja, hier ein Stück Österreich. Ein Stück österreichische Musikgeschichte, wenn man so will. Für die deutschen Leidenschaftsgenossen, die eben auch Platten gerne hören, gibt Österreich eine Chance und hört bei STS rein. Es ist wirklich tolle Musik. Es sind einige Melodien, die ihr unter anderem von den Beatles kennen werdet. Absolut legendärer Austropop und von den Texten und allem drum und dran sehr gut. Großvater, Fürstenfeld. Da kommt die so ein Beatles-Cover rein. Höhren zahlt sich auf jeden Fall aus, um auch ein Stück Österreich zu hören. Für die Leute im deutschsprachigen Raum. Wieder Leonard Cohen. Ich habe keine Ahnung, wer hat die geilere Stimme. Vielleicht schreibt sie es mal in die Kommentare. Ich habe keine Ahnung, wer ich konnte oder Cohen. Das ist, beide Stimmen genial. John Miles, Rebel. Mit dem gar nicht so rebellischen Hit Music. Ich weiß gar nicht, kennt jemand noch irgendwas anderes von ihm? Ich glaube, das war so ein One-Hit-Wonder. Diana Ross in einem Cover, Gatefold, senkrecht. Sie ist hübsch, ja, aber sie kann auch singen. Solche Platten wie diese, die sind immer extrem schwer in der Hülle richtig zu stellen. Robert Palmer, auch dieses Album, gefüllt in jeder zweiten Sammlung. So, noch eine Legende. Jimi Hendrix Experience, Smash Hits. Also wieder ein Greatest Hits Album. Mahalaya Jackson. Gospel vom Feinsten. Was für ein Stimmvolumen diese Frau hat. Unsagbar. Pink Floyd. Sehr schöner Zustand, schönes Gatefold. Ich denke, die wird auch in meiner Sammlung landen. Der Grund ist, dass ich von Pink Floyd leider fast alles mehrfach habe. David Bowie, Ziggy Stardust. Geil. Auch hier eine alte britische Pressung. Unbestritten eine Legende. Roy Orbison. Ist halt auch so ein Dauercatcher. Wird nie komplett aus der Mode kommen. Bad Company. Auch sehr angenehmer, wie können wir es bezeichnen? Pop Rock. Wenn ich jetzt sage, nicht wirklich was besonderes, aber gut. Kommt zu meiner persönlichen Meinung hin. Steve Winwood. Auch ein ausgezeichneter Musiker. Hot Jazz. Hot Shots. Jetzt kommt der Teil der Sammlung. Der eher Richtung Dixie in New Orleans. Hamburger Jazz Szene. Wollte eben da auch mal reinhören. War ein Mittagrund für die Sammlung. Hier ein Stück Blues. Sehr angenehmer. Blues Clarence Gatmouth Brown. Musiker der 40er, 50er und 60er Jahre. In dem Fall die Aufnahme auch schon qualitativ hochwertig und angenehm zu hören. Da hat sich eine ohne Cover. Benny Goodman. Ein Boxset mit verschiedenen Jazzplatten. Habe mich damit noch nicht genauer beschäftigt. Zustand scheint ausgezeichnet zu sein. Teilweise sogar noch verschweißt. Italienisches Label. Italienische Pressungen. Und dann reinhören, wenn ich Zeit habe. Hat jetzt nicht gerade die erste Priorität. Oder seht ihr irgendetwas, was sich sehr lohnenswert zeigen würde. Ja, George Benson geht in der richtigen Stimmung auch immer. Blues. In dem Speziellen. Kenne ich nicht. Werde ich jedenfalls reinhören. Blues für einen schönen Abend. Ist doch was Feines. Ja, wieder Hot Shots. Wieder Dixie. Ulkiges Cover irgendwie. Hamburger Jazz Szene. Eine Compilation mit verschiedenen Gruppen. Es ist irgendwie witzig, wo Jazz anfängt und wo Jazz aufhört. Es gibt wirklich einige angenehme Teile. Ja, in die habe ich auch reingehört, weil ich es absolut interessant gefunden habe. Es sind alles Aufnahmen von 1928 bis 1936. Original wahrscheinlich auf Shellac und ziemlich unbearbeitet hier auf Vinyl gebannt. Klangqualität, ja, für mich nicht zum Ertragen. John Mihal mag ich sehr. Kannte ich lange Zeit nicht. Mundharmoniker-lastig. Ja, schön. James Booker. Ein Virtuose am Klavier der anderen Ort. Also Blues. Tony Wilson kannte ich auch nicht. Habe ich zuerst nach dem ersten Lied auch für ziemlich seicht. Disco, Italo, die Richtung gehalten. Aber die Texte sind teilweise sehr, sehr tiefgründig. Und es ist eine Empfehlung, wenn man auch auf die Texte hört. Die Musik allein eher seicht. Die Texte geil. Sein God It's Friday war ein Film, der mir nicht bekannt ist. Ich vermute mal, dass die Musik hier mehr im Vordergrund steht. als der, oder mehr, mehr Wert hat als der Film selbst. Diana Ross unter anderem dabei. Das Cover gequält mit drei Scheiben. Also es ist ein Doppel-LP plus einer Bonus-Maxi. Und das von der Macher, den ein Cover, das wirklich maximal für zwei Scheiben geeignet wäre. Sind auch recht dicke Pressungen. Haben das Cover jedenfalls gesprengt. Werde ich reparieren. Aber schauen wir, ob das hält. Ja, Gaten of Brown. Auch Blues durch und durch. sehr, sehr, sehr guter Gitarrist. Sehr, sehr gute Musik. Da fehlt leider das Cover. Roxy Music. Ja, Alberta Hunter. Eine Sängerin, die heuer oder letztes Jahr verstorben ist. Gab seit den 30er oder 40er Jahren aktiv. Super interessante Stimme. Gospelsoul. Schaut aus wie so nette, nette Oma. Aber hat ein Hammer-Organ. Also wenn die mit den Enkeln geschrien hat, war es sicher auch schwer. Louisiana Syncopaters. Schaut alt aus, ist es aber nicht. Ebenfalls wieder ein Hamburger Jazz-Club. Auch wieder Dixie in New Orleans. Die Richtung. Okay, ein absoluter Ausrutscher. Passt eigentlich thematisch gar nicht rein. Kleidermann. Klavier. Cotton Club Hamburg. Auch wieder gut hörbarer Jazz. Wollte ich, also insgesamt war mit der Grund, dass ich diese Sammlung gekauft habe, weil ich da auch ein bisschen reinhören wollte. Es ist glaube ich aber trotzdem nichts, was ich auf Dauer öfter auf meinen Plattenspieler legen werde. Irgendwie cool, aber irgendwie nicht cool genug, um bei mir öfter auf einen Plattenspieler zu landen. Wobei die Jazz-O-Maniacs, wo da einige Plotten dabei sind, wie ihr gleich seht, gefallen mir besser als viele andere, die in dieser Sammlung waren. Lustig auch, dass die Cover-Arts das total schlecht, das vorige total cool. Auch da hat man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Aber vielleicht die Gruppe, dass ich es mir wahrscheinlich behalte. Die Hotshots war vorher auch schon einer oder zwei. Auch nett. Allerdings gefallen mir die anderen besser. Das ist der einzige technische Totalausfall in der Sammlung. Die Platte ist wahrscheinlich steinalt und hat aber auch schon wirklich viel erlebt. ist, denke ich, eigentlich ein kompletter Ausfall. Also ich weiß nicht, ob mein Plattenspieler da überall drüber kommen würde. Ja, da haben wir eine Legende. Django Reinhardt. Auch da war ich neugierig, weil es mir mal jemand empfohlen hat. Ja, klingt toll. Ist sehr, sehr interessante Musik. Aber wahrscheinlich auch nicht der erste Griff ins Plattenregal, wenn ich mir Zeit nehme, in Ruhe etwas anzuhören. Aber ist jedenfalls kulturell oder musikalisch wertvoll. Also danke für den Tipp, dass man das sich mal anhören sollte. Ja, mal schauen. Wahrscheinlich wäre es weitergegeben. Es gibt Leute, die können das mehr schätzen als ich. Louisiana Red, auch wieder Blues Jazz. Auf meiner kleinen Google-Suche nachdem bin ich draufgekommen. Der Künstlername stammt von einer Chili-Soße. Ich mag Chili, also finde ich das ganz nett. Ja, Pudis Gruppe mit ostdeutschem Hintergrund. Ich würde es auch Richtung NDW sehen. Absolut nicht meins. Ich bin ja insgesamt nicht sehr deutscher Finn. Für mich unhörbar. Heißt aber nicht, dass sicher auch Leute gibt, denen das gut gefällt. Also bitte steinigt mich nicht. Ja, da hier war für mich leicht überraschend. Das war so der Klassiker. Wenn man ihn anschaut, würde man irgendwo thematisch, kannte ich ihn natürlich nicht. Ich hätte ihn irgendwo in extrem schnulziger Musik gesucht. Cover-Artwork, da hinten See und Ohrring und Brust-H2P oder keine Ahnung. War aber dann beim Reinhören ziemlich positiv überrascht. Pop-Rock in gut hörbarer Manier. Das allerdings war für mich eine absolute Überraschung. Vom Cover und von Olden hätte ich irgendwie geglaubt, mich wird irgendwie so ein bisschen Bollywood oder keine Ahnung was erwarten. Aber die gute Frau ist eine Empfehlung wert. Eine soulige, angenehme Stimme. Die Musik trägt einen. Man kann abspannen, relaxen und einfach genießen. Also war sehr überraschend und ist eine absolute Empfehlung, wenn ihr die wo seht. Lasst es euch überraschen, ist genial. Golden Age of Donegan mit Tom Dooley, irgendwo zwischen Country und Blues einzuordnen. Klingt recht, recht nett. Klingt recht, recht nett. Ist halt einfach nichts, was sich in die heutige Zeit hineingetragen hat. Also zumindest für mich nicht. In Ordnung aber nicht mehr. Ja, extra breit mit einem 3D-Cover Art. Theoretisch sollte bei der Platte auch eine 3D-Brille dabei sein. Ist sie leider nicht mehr. Extra breit hatten auch bei uns in Österreich ein paar Hits. Neudeutsche Welle, coole Sachen dabei gewesen, aber das meiste hat sich für mich irgendwie überholt. Ein paar Dauerbrenner hat es gegeben und die bleiben es auch, aber ist da nichts dabei. Da hier das gleiche. Ich denke, die hat bei uns in Österreich niemand gekannt. Nicht steinigenfalls doch einer gekannt hat. Absolut nichtssagend für mich. Ist vielleicht einfach nicht mehr die Zeit. So, was haben wir als nächstes? Eigentlich Zeit für eine kurze Wirkung. Ja. Nicht, dass ich wüsste wohin mit dem. Und bevor ich jetzt Mist erzähle, lass mir das lieber. Muss ich reinhören. Kenn ich nicht. Das ist schon wieder eine ganz andere Baustelle. Reggae vom Feinsten. Außer ich täusche mich. Nein, das passt. Das ist Roots Reggae. Sehr interessantes Artwork. Sehr interessante Musik. Hat einen Fixplatz in der Sammlung. Leider im Gegensatz dazu. Peter Hoffmann. Wo würde man denn einordnen? Liedermacher. Gibt es viele. Wenige bleiben mir in Erinnerung. Habe schon reingehört. Angenehm. Aber irgendwo kann man hören. Dann muss man nicht. Nicht meins. Ja. Da wird es für mich dann ganz fürchterlich. Keine Ahnung. Es sind so Dinge, die hat man irgendwann einmal in den 80er Jahren cool gefunden. Auch Serien. Die kann man sich heute nicht mehr anschauen. Ich habe in den 80er Jahren Neue Deutsche Welle gern gehört. Heute nur noch sehr, sehr wenige Ausreißer, die mir in Jugenderinnerungen geblieben sind. Das jedenfalls für mich fürchterlich leichter Hang zu... Ja, keine Ahnung. Gefällt mir nicht. Ich glaube halt insgesamt, dass gewisse Musik einfach aus der Kultur gerissen nicht funktioniert. Ja. Da hier... Puh... Muss ich... Muss ich passen. Habe glaube ich sogar kurz reingehört. Kann mich jetzt aber nicht mehr erinnern, was schon sehr viel über den Ausdruck der Musik sagt. Jan Hunter. Auch absolut cool. Keine Ahnung, ob der irgendwann einmal auch irgendwas in die Hitparaden gebracht hat. Aber... Lässt sich wirklich gut hören und cooles Cover-Outwork. Absolut okay. Ja, Leute, das war's jetzt da schon circa. Wie gesagt, die nächsten Wochen kommt wieder mal ein Video-Logbuch über Platten aus der Grabelkiste. Sie stehen bereit und... Muss nur noch Zeit finden für das zweite Video zum Abdrehen. Und... Ja, würde mich dementsprechend freuen, falls ihr wieder Bock habt, mit mir ein bisschen im Platten herumzuwühlen und zu reden. Wenn ihr mir ein Abo da lasst, vielleicht ein Like. Und ja, bis bald!